Scheiße. So, meine lieben Freunde, das hier ist TV Plauze, live und exklusiv, umgeschnitten. Die beste Scheiße, nur hier live und free TV. Und zwar, jetzt gibt es den neuen Trend. Kein Tequila mit Salz und, und, äh, 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 Tequila mit Salz. Und was war das? Zitrone? Zitrone? Nee, Orange. Gummibärchen mit Klopfe, Alter. Grüß dich mal, lieber Alts. Klaue an hier. Alter. Ah, hau weg die Scheiße, Alter. Korrekt. Jetzt gehen wir zum Netto. Also, schade, dass das Video mit Morub nicht geklappt hat. Aber nix, mal nehm ich dir mit. Sagt er, für 5.000 krieg ich eine Magnum, ohne einen Wagen. Sag ich, was eine Magnum? Sag ich, Magnum Eis oder was? So, meine Freunde, wir sehen uns hier live, exklusiv, bei TV Plauze. Einschalten, abonnieren, analysieren, der beste Kanal hier auf dieser ganzen Welt. Also, meine Freunde, wir wissen, was passiert. Und wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dann.